Jetzt beschäftigen wir uns mal nicht mit den Helden im Ring, sondern den Helden, die sie trainieren. Wir suchen den Trainer des Jahres 2015. Michael Thimm ist Leiter des DBV-Stützpunktes in Schwerin und trainiert unter anderem APB-Weltmeister Atem Harutinunian. Uli Wegner ist nicht nur Titelverteidiger des Trainer des Jahres, sondern wurde dazu schon insgesamt zwölfmal ausgezeichnet. Dirk Czemski treibt weiterhin den Aufbau von Team Deutschland voran. Sie können ihn zum Trainer des Jahres wählen. Carsten Röwer steht für sie ebenfalls zur Wahl. Er trainiert Jürgen Brämer. Der letzte Nominierte ist Oktay Urkal, der Europameister Erkan Tepa hervorgebracht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020